Jetzt musst du so ein bisschen an Matheunterricht denken. Ich wohn, das ist schon länger her. Ach, das ist zweite Klasse. Also die Durchführung war richtig. Ja, du hast die Farben gemischt. So, wie hast du jetzt gemischt? Was hast du bei Lila rausbekommen? Lila habe ich A. Lila hast du? Ich habe 5, dann habe ich... Du hast eine 5 rausbekommen. Genau. Und dann kommt die Zahl? Dann habe ich eigentlich... Aber gelb nur für 2. 4, ne 5, 2 und eine 6. Versuch's. Oh Mann. Komm schon, du hast 2,15 Zeit. 5. Und? Geht's auf? Ja, ich habe glaube ich nicht richtig eingedreht. Ja, geht auf. Yeah, sehr gut. Jetzt bist du gleich bei mir. Ja, das war hier. Und der Maris... Hat noch massig Zeit. Warte. Du bist so eine Schnelle. Lass jetzt nicht zu viel Zeit. Nicht, dass du das versaust am Ende. Nein, 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 nein. Ich komme gleich. Und? Da war es! Weiter geht's! Weiter geht's! Okay. Yay! Da war unser Schlaf-Handy! Das war doch super! Sehr schön! Sehr schön gemacht! Das war ja kinderleicht für dich, oder? Ja, traf es aber auch einfach. Vor allem, ich brauche noch das Handy, jetzt pack ich einmal ein. Besser geht's ja nicht. Ich bin K&A, nicht woher ich den C3. Ich bin K&A. ich bin in den C3.